Konzerte von Helene Fischer sind körperlich sehr herausfordernd für die Sängerin. In einem Video zeigt die Schlager-Queen, wie sie ihren Durst mit einem Liter Bier bekämpft. Fans von Helene Fischer wissen, welche intensive Show die Musikerin auf der Bühne abfackelt. Im Schnitt etwa 30 Songs, darunter Hits wie Herzbeben, Achterbahn oder Atemlos, durch die Nacht, standen pro Abend auf ihrer Rauschtour 2023 auf der Setlist. Bei all dem Tanz und der Akrobatik ist dies natürlich besonders für die Sängerin mit internationalem Potenzial eine schweißtreibende Show, über deren Preise sich Fans beschwert haben. Da kann man auch mal durstig werden. Auf dem Instagram-Profil teilt die Schlagerlegende ein Video, das sie mit einer Mars Bier zeigt, und kühle Blonde ist ratzfatz weg. So schnell kann Helene Fischer eine Mars-Bier-Echsen. In dem Clip steht Helene Fischer auf einer Bühne, trägt ein grünes Bayettenkleid und High-Heels. In der einen Hand hält die Sängerin ihr Mikrofon, in der anderen eine Mars-Bier. Die hebt sie hoch, ruft, auf die guten alten Zeiten. Vom ersten Ansetzen des Glases, bis sie selbiges in einem einzigen Zug geleert hat, dauert es 17 Sekunden. Währenddessen hört man im Publikum Ex. Ex. Ex-Rufe ertönen. Das würde sich auch auf dem Oktoberfest sehen lassen. Ich hatte Durst, sagt sie danach recht trocken. Die Aufnahme ist jedoch älter. Wann und wo diese aufgenommen wurde, geht aus dem Posting nicht hervor. Anlässlich Helenes 40. Geburtstags teilen wir 40 Tage lang die unterhaltsamsten Momente ihrer beeindruckenden Karriere, steht unter dem Social-Media-Beitrag geschrieben. Weiter heißt es, Tag 5 von 40, um es mit den Worten von Helene zu sagen, auf die guten alten Zeiten. Natürlich mit alkoholfreiem Bier. Fans begeistert, als wäre es nichts. Diese Aussage wird mit einem unschuldigen Heiligenschein-Emoji garniert. Ob dem also zu glauben ist, lässt sich nicht so ganz klären. Den Fans gefällt der gehaltvolle Beitrag, auch ganz ohne den Alkoholgehalt im Glas zu kennen. Innerhalb weniger Stunden haben fast 21.000 Menschen das Posting mit einem Like markiert. Auch in der Kommentarspalze zeigen sich einige Fans von Helenes Trinkfestigkeit begeistert. Wie sie diesen Cook auch einfach wegext, als wäre es nichts, schreibt eine Userin. Ein Fan tippt, sie kann's halt, die Maschine. Das war einfach der Oberhammer, meint ein weiterer User und setzt neben seine Worten nach Herz und Bier-Emojis. Das ist eine starke Leistung, findet einen Nutzen. Diese Komplimente werden Helene bestimmt ähnlich gut runtergehen, wie das Bier damals.